Hallösschen zusammen, herzlich willkommen zur GESPAY, Hearts of Iron 4. Hm, schaut's denn hier aus, sind hier und hier. Es sieht aus, gut aus. Bombe haben wir gerade keine da. Bombe ist hier, ist hier. Aber wir hinten auch noch was haben, okay. Habt ihr es in der Mitte, weil durchgebracht, ja, noch nicht ganz, okay, bitte. Einmal durchboxen, das wäre wunderbar, ihr auch, einmal durchboxen, herrliche Natur. Zack, einmal bombardieren. Ganz dank, ihr bekommt keinen Nachschub, sie haben nichts mehr. Sie müssen einfach nur noch fallen, als andere würde ja gar keinen Sinn mehr geben. Ach, das sind sogar nochmal Flugzeuge. Naja, schau an, schau an. Was mir nicht alles kommt. Die haben wir auch weg. Okay, ein paar Stücke hier vor, ein bisschen was hier verloren, ja. Das Grupp ist da und schießt wieder. Und hoffen, dass sie was findet. Ihr gibt was in der Ägypten. Oje, 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 Moment. Das ist mehr als ungünstig. Ähm, bitteschön, die Hälfte von euch. Sollen wir bitte dorthin. Ich hab nicht darauf geachtet, Mist. Go, go, go. Wer seid ihr... Was? Ich vermisse gerade eine Armee, stelle ich fest. Wir haben das alles eingenommen und danach nichts mehr. Hä? Bin ich... Bin ich bescheuert? Ich glaube, ich bin bescheuert. Warum? Ich hatte hier... Ah ne, die, ihr wart davor da drüben. Jetzt da. Entschuldigung. Ein bisschen falsch gesehen, das Ganze. Ähm, was haben wir denn übrig? Panzerdivision. Ihr hier. Ihr dürft mir mal... ...Verteidigung hier spielen. Hier ist halt quasi meine Quick Response Unit. Damit der ganze Bereich hier quasi unter unserer Kontrolle bleibt. Das wäre recht gut. Dich, dich, dich haben wir auch, dich haben wir auch. Wunderbar. Sottel. Dann sagen wir noch, wir haben hier einen Trupp übrig. Den schickt man auch mal nach da unten hin. Damit ihr das fertig bekommt. Da haben wir noch einen Trupp übrig. Den könnte man... Das ist jetzt die große Frage. Wo schickt man euch denn hin? Ähm... Ihr könnt eigentlich mal chillen, würde ich sagen. Ihr werdet dann nachher... Ha! Das werdet ihr machen. Jetzt weiß es. Ihr werdet den gesamten Bereich hier... ...quasi verteidigen später mal. Das wäre nämlich echt nicht verkehrt. Sottel. Bing, bing, bing. 19 Stück. Go, go, go. Ihr seid versorgt. Wunderbar. Dann kommen drei komplette Divisionen, die einfach mal nach da unten gehen. Ansonsten... ...zwo und halb. Mhm. Wird gut. Schaut es da oben aus. Das ist halt das schönste auf der Welt. Das ist echt das schönste auf der Welt. 4 zu 40. Oder zu 50 sogar fast. Oh mein Gott, ja. Das sind Zahlen, die liebe ich doch zu sehen. Sottel. Was haben wir sonst noch alles? Wir haben noch Bombardement. Und dich. Das heißt, die zweimal wegmachen. Das passt soweit. Wir hätten gerne... Wie schaut's denn bei euch hier unten aus? Ihr geht hier weiter. Ihr geht hier weiter. Go, go, go. Schauen wir doch mal. Ihr greift an. Ihr geht nach da unten. Habt sie. Wunderbar. Genau das wollte ich doch. Das wollte ich doch, dass die vorhin weg sind. Wir haben den Bereich. Endlich. Endlich. So, da haben wir irgendwo gerade Angriffstrupps noch übrig. Da nicht, da nicht, da nicht. Dass die nächsten 31 Schiffe besiegt. Und wie schaut's hier aus? Ihr seid fertig. Eins, zwei, drei, vier. Darüber. Und dann sag mal. Eins, zwei. Die Großen müssen auch mal repariert werden. Drei und vier. Darüber. Wo seid ihr gerade beschäftigt? Hier sowieso. Schaut. Oder? Ich sehe euch gerade gar nicht. Sie sind ja auf dem Weg, wohin sowieso. Schaut. Jetzt da hier. Nein. Da. Yep, hier. Ein U-Boot gefunden. Noch ein U-Boot gefunden. Passt. Wunderbar. So. Jetzt müsste das aber Früchte schlagen. Mit und dich halbieren. Und dann sagen wir einfach mal, Kollegen, hier kommt ihr mal rüber. Put, put, put. Alle hier rüber. Und wir sagen bitte, Marineangriffe sehen. Zack, zack, zack. Hier rüber und hier rüber. Wenn hier irgendwas ist, wir werden es finden. Und wir werden es vernichten. So schaut's aus. Mhm. Oh, herrliche Natur, herrliche Natur. Okay, so können wir weiterverfahren. Und wir finden sie bereits. Wir finden sie sowas von. Sonst noch was. Yep. Die hier. Du kannst wieder hier mit reingehen. Und wir sagen, bitte, wollen wir noch ein größeres Schifflein gerade. Weil die gehen eigentlich momentan. Du hier, meine Gutster. Wer ist Teil von dem da hier. 7, 8, 10, 12. Der Rest ist soweit in Ordnung. Sörtle, haben wir dich festgemacht? Ja, wir haben dich festgemacht. Durchboxen. 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 Wunderbar. Wir sind hier nicht grün. Okay. Dann müssen wir mal kurz darüber und dorthin gehen. Wunderbar. Ähm, bitte die in zwei Hälften schon mal schneiden. Oho. Er hat mich in zwei Hälften geschnitten. Das finde ich aber jetzt ganz, ganz unschön. Ähm, der Rest wird bald kommen. Der Rest wird bald kommen. Haben wir noch mehr übrig? Jepp, haben wir. Wir hätten gerne von euch hier. Geschwadet auf Nahunterstützung. Die Hälfte davon. Soll bitte mal dorthin und dorthin. Wir haben leider keinen übrig. Okay, das war's. Das ist am Diener nämlich auch bald nichts mehr zu sagen an der Stelle. Oh, ihr seid einfach rausgegangen. Hier, weißt du. Okay. Ich würde sagen, ich sage nicht nein dazu. Überhaupt nicht sogar. Da noch einen, da noch einen. Luftüberlegenheit sollte uns eh gegeben sein. Jepp, genauso wie Bommadierung. Fotos kommen auch noch mit hinzu. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Mittlere Torpedos und groß, schwere Torpedos. Aber die kann ich eigentlich verbauen. Kann ich alle nicht verbauen. Schade eigentlich. Hm, Schiffe. Reichweite und Schutz machen. Ja, warum nicht? Bauen wir gerade sonst noch was. Wir bauen euch weiter aus und danach Reaktoren. Können wir mal für den Moment machen. Das passt soweit schon mal. Angreifen, angreifen, angreifen. So. Gibt nur Korat Probleme. Ja, das weiß ich. Das war ja sogar sehr. Zurückgeschlagen, zurückgeschlagen. Wie schaut es hier momentan aus? Ihr kommt nicht weiter, weil ihr mal wieder keine Versorgung habt. Okay. Kriegen wir hin. Versorgung wird gebaut. Einmal nach oben. Dann habt ihr es auch wieder. Wie schaut es hier aus? Wir haben acht Atombomben übrig. Haben wir die Lufthoheit? Nicht ganz. Nicht ganz an der Stelle. 73. Es fehlt noch ein bisschen was. Das ist klar. Das kriegen wir aber auch noch hin. Ähm. Wir haben hier Truppen noch übrig. 24 Stück, die nichts zu tun haben. Die können wir mal Ich bin jetzt Saudi-Arabien anzugreifen und das hier mal einzunehmen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ähm. Wir hätten gerne Ihr hier seid jetzt eigentlich da. Angreifen. Wunderbar. Bam, 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 bam. Ihr habt eine Idee. Lasst euch da auf. Saudi-Arabien. Wir möchten diesen Flecken Erde noch besitzen. Das wäre recht gut. Es ist nicht ressourcenbedingt. Es ist einfach nur Sie haben ziemlich viel Küste. Wo man Schiffswerfen bauen kann. 25 Tage. Yep. Das können wir machen. Ansonsten die nächsten 24 hier. Ähm. Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier drüben was passieren könnte. Deswegen sagen wir mal, wir möchten euch bitte auf der Heimatinsel von... Den hier haben. Das wäre nicht schlecht. Falls wir doch irgendwie mal Probleme haben sollten. Das und die hier. Yep. Passt soweit. Geht mal darüber. Machen wir sonst doch gerade was kaputt? Ja, ein bisschen was. Nicht viel, aber etwas. Und immer wieder gucken, dass wir Kreuze austauschen. damit die immer schön im Fluss miteinander sind. Da hier zum Beispiel. Du kommst wieder darüber hin. Mit einer Dauerreparatur. So. wo seid ihr gerade mit dabei? Hier. Mhm. Sagen, ihr bekommt eigentlich Luftunterstützung. Aber gut, was soll's. Verbessere Torpedos und schwere Torpedos. Gucken wir uns aber nochmal an. Ob wir die nicht verbessern können? Ein Torpedos. Ein Torpedos. So. Level 1. Ah, mittlere. Jetzt da. Bitte bauen. Wunderbar. Ich wollte es doch gerade sagen. Irgendwann muss es doch möglich sein, die zu machen. Ihr seid hier auf dem Maximum. Hier ebenso. Versorgung ist fast gegeben. Tung auf fast. Wie wäre es denn, wenn wir hier ebenso noch einen hinbauen? So. Passt soweit. Der Rest ist in Ordnung. Die nächsten zwölf sind weg. Die Macht wird immer geringer, unsere wird immer größer. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Mit den Bombardements sollte man es eigentlich relativ gut hinbekommen auf Dauer. So. Ihr hier. Wir haben uns entschlossen, die Vereinigten Staaten. Sollen sie ruhig. Dann sage ich an der Stelle, sollen sie ruhig. Dürfen sie gerne machen. So, bitte. Atombombe rein. Neida und Neida. 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 All das mal am Neida. Also wie du auch da, Neida. Und noch meine Bombe rein. Die zwei Bomben sind besser als eine Bombe. Ich würde gerade sagen, nein, das ist meins. Das ist sowas von meins. So. Ist da jetzt auch noch ein Hafen nebendran oder nicht? Ich sehe es nicht. Nein, da ist kein Hafen. Das heißt, die nächsten 17 Einheiten, die jetzt wegfallen, definitiv. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Und die hinten werden auch einfach nur noch drauf gehen auf Dauer. So, wie schaut es momentan aus? Jäger 1300. Besser, wird besser. Flammenperferpanzer. Ja, wir kommen ins Plus, ins Plus, ins Plus. Nur bei Arti und Crew noch nicht ganz. Naja. Kriegen wir auch noch hin. Du, mein Freund, bekommst noch dein Logistik-Schnie mit hinzu. Das dürfte massivst helfen. Und wir sagen noch Verluste im Kampf müssen weggemacht werden. Kriegspropaganda allgemein. Ja. Wenn wir den Grundwert erhöhen könnten, wäre das schon mal gut. Weil das ist gerade eh das Problem. 2 zu 22. Definitiv schießen wir sie weg. Zu 100. Da schießen wir sie weg. Da haben wir keine Probleme. Da haben wir auch keine Probleme. Ne? Ich würde mal behaupten, wir holen uns auf Dauer. 100 zu 800. Die Flags helfen auch relativ gut mit, muss man ehrlich mal sagen. Wir dürfen einfach nicht nach vorne laufen. Das war's schon. Wenn wir nicht nach vorne gehen, ist alles wunderbar. Du bist auch erledigt, du bist ebenso erledigt. So. U-Boote werden weiter abgeschossen. Wunderbar. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich hier. Ah, herrlich. Mimlegung haben wir auch ein bisschen was. Ja, das ist nicht ganz verkehrt. Seelinien. Je nachdem, was sie gerade machen können, sollen sie machen. Das passt soweit. Haben wir da wieder welche fertig? Jeb, zwei Zerstörer. Ab nach da drüben hin. Und dann sagen wir mal, wo sind die nächstes angeschlagenen? Dich und dich hier. Wir können sogar ein paar mehr rausholen, weil ihr seid nämlich echt arm dran momentan. So, ihr kommt alle mal mit. Go. Ihr greift gerade noch an. Das ist in Ordnung. Aber danach kommt ihr raus. Naja, was sollen sie bloß? Das heißt, dass vier weiter Zerstörer sind draufgegangen bei der Aktion. Und direkt nochmal gefasst, so wie es ausschaut. Herr, herrlich. Mit Orton und Co. funktioniert doch alles wesentlich besser. So, wir haben noch elf weitere Atombomben da. Wie schaut es bei euch aus? Haben wir 85%? Jeb, wir haben das benötigte. Muss man gar mal gucken. Wenn man euch was geben kann. Dann kann man euch was geben. Ja, euch kann man was geben. Okay. Dir vielleicht noch? Nob. Ähm, wo sind wir denn? Du hier. Mein Freund. Ne, du bist hier. Ähm, einmal aufteilen. Der andere darf nach unten bombardieren. Und wir können euch doch, jeb hier, ein paar strategische noch geben. Sattel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7er und 8er. Dich noch mitnehmen. Dich nicht mitnehmen, das passt soweit schon. Und den hab, hier können wir auch in die Luft jagen. So, passt. Salle. Das wollte ich doch sehen, und nichts anderes. Einen großen Atombild. Und hier nochmal einen, wenn wir schon mal dabei sind, weil einfach so viele Truppen hier sind. Genauso wie hier. Ah, ich hab grad keine. Und nochmal. Bezaubernd. Ähm, ich seh' bereits, wir brauchen noch mehr auf dieses Öl. Und wie schaut's denn da unten eigentlich aus? Bündnis, nein, Ressourcen. Yep. Ähm, wir brauchen Singapur. Stell ich grad fest. Wir benötigen Singapur. Siam. So, 40 Tage, da warten wir noch ab. Wenn wir Siam hätten, könnten wir nach da unten durchrauschen. Und ich glaub, das machen wir auch noch. Saudi-Arabien für unsere Streitkräfte im Wasser. Und da röscht so. Ich würd grad sagen, ähm, sie haben eigentlich keinen Port mehr. Also ich weiß nicht, wo ihr Problem grad liegt. Ihr habt doch die komplette Hoheit über alles. Also, wahrscheinlich, weil die Ausrüstung fehlt. Das kann ich mir recht gut vorstellen. Aber ihr kommt ja hin, ihr kommt ja hin, auf jeden Fall. British Malaysia. Wir müssen wieder ein bisschen mit der Handel. Bringt ja alles nix. Schwere Schiffsrümpfe. Ah, hier, warte mal. Überschwere Schiffsrümpfe. Ja, natürlich, her damit. Den Spaß gönnen wir uns doch noch. Ja, das mach ich nicht so gerne. Weg, weg, weg. Da haben wir noch welche weg. Ähm, wir machen ja grad Geleitschutz, glaub ich zumindest. Machen wir Geleitschutz für euch? Ich hab mir mal einen Geleitschutz. Okay, das ist in Ordnung. In der Hoffnung, dass wir dann noch ein bisschen was mitbekommen können. Das wäre wunderbar. Weil U-Boote haben sie noch ziemlich viele hier. 100 hier, 100 da, 100 dort. Unschön. Massivst unschön. 15, 1 und 2. Ihr kommt wieder da mit hin. Wenn ihr grad am Dauerangreifen seid, sowieso schaut. Ja, hier habt ihr noch ein bisschen was. Nein damit. Dieser Sorkai ist vollständig entschlüsselt. Ah. Davon wusste ich grad gar nichts mehr, aber was soll's. Ich sag nicht nein dazu. So, hier, 1000. Ist immer noch genug ab von ihnen? Das ist in Ordnung, das ist ebenso in Ordnung. Jedes Gebiet, wo sie uns was anhaben könnten, haben wir eine überwältigende Mehrheit momentan. Wir finden immer noch welche, aber es hält sich in Grenzen. Mittlere Osten? Warum mittlere Osten? Sorge, Morde. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Auch da hinten, hm? So, jetzt haben wir's doch. Ihr seid auch weg vom Fenster? Yep. Okay. Dann möchten wir bitte Truppen nach Siam beordern. Mhm. Für später. Sonst hat jeder seine Order. Ja, jeder hat seine Order. Hallöchen aber auch. Bombay und Co. ist eingekastelt. na lieben gerne. So, her damit. Go, go, go. Die anderen hier. Auch hier mit hinzu. Go, go, go. Und Panzer-Division haben wir ebenso hier unten. Go, go, go. Wir haben sogar noch Atombomben für euch da. Zack und zack. Guck mal her. Jep, das war's. Ihr könnt sie rausballern. Und Bombay ist weg. Ja, Bombay ist weg. Oh, das gibt so viel Produktivität und alles hinzu. Oh, herrlich. Einfach nur herrlich. So, sonst noch was. U-Boot gefunden. U-Boot gefunden. U-Boote gefunden. U-Boote bis zum Umfallen gefunden. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, wenn man es nicht mal wegbekommt. So, ihr hier. Also, 6, über 8. Wie denn die Hauptforte mit rein? Wen haben wir sonst noch da? Gucken wir mal ganz nach unten. Ihr seid fertig, ihr nicht. Da sagen wir dich, dich, dich hier. Ihr braucht nicht lange. Jeder, wo nicht zu lange gebraucht, ist schon mal so schlecht. So, ihr kommt alle mit. Zack. Da können wir ziemlich weit wieder nachgucken. So, der Rest ist auch weg vom Fenster. Können wir nämlich hier auch später mal ein paar Bombardierungen machen. So. Und ihr müsst es danach nicht mehr machen, sobald er das hat. Könnt ihr euch komplett auf die Küste hier beschränken. Das passt dann schon. Indien ist gefallen. Wunderbar, danke. Ähm, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch aufräumen, oder? Wir müssen noch aufräumen, definitiv sogar. Ähm, wir möchten, dass die Frontier einmal darum geht und dann sagt, angreifen. Ich möchte, dass die andere Frontier ebenso da rumgeht und sagt, angreifen. Ähm, ihr auch, wenn ihr schon mal da seid, angreifen. Go, go, go. Die anderen wart, oh je, das ist dumm, wenn wir alle die gleiche Farbe haben, was soll's. Go, 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 go. Haben wir auch die Panzer generell, jepp. Aber ich habe ja ebenso noch da. Ähm, einmal da rumstellen und sagen, lasst sie verschwinden und lasst sie verschwinden. Jetzt da. Mit Empathie auf, bewegt euch. Go, go, go. Rein, 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 zum Glücklichsein. Ich wollte gerade sagen, Hallöchen, ich war gerade drinnen. Ich war gerade drinnen. Ähm, mir hat das Bromokanettor. Das passt soweit schon mal. Ah, angreifen, 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 angreifen. Mhm. Welche haben wir auch gleich fertig, genauso wie euch. Passt, passt und passt weg mit euch. Sottel. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch dich da hinten, dich da hinten, warum gehst du nicht rüber? 90 Stück. Dort und dorthin. Neben dorthin, was soll's. Du gehst nach da unten hin. Du kannst ja noch da rüber gehen. Du gehst nach da rüber hin. Nimm dich noch fertig und dich, äh, aber nicht ganz fertig, aber was soll's. Egal. Egal. Ähm, Armee hier. Stellen wir euch nochmal neu auf. Sottel. Macht einen Angriff, bitte hier rüber. Go. Ihr hier. Zack, aufstellen. Angriff bis da unten hin. Immer das gleiche mit dem Rumgewuschel hier. Ihr hier, zack, dorthin stellen. Ebenso Angriff, dort drüber machen. Go. So. Hat sie erledigt, muss nichts mehr machen. Wunderschön. Du, du und du hier. Ihr kommt alle mal mit. Ihr seid knapp über 1000, das passt. Ihr kommt mal dorthin. Und danach kommt ihr mal dort drüber hin. Macht mehr Luft- und Hafenangriffe auch. Macht alles mal hier. So, wenn hier irgendwas ist, wir bomben es weg. Das ist jetzt meine Devise. Der gesamte Bereich muss freigeräumt werden von irgendwelchen Problemen. Das klingt mir jetzt gut. So, ihr kommt alle wieder dahin. Wir tun den Flugzeugträger abarrieren mal. Dich und dich hier. und dazu jede Menge Kleingruß. Dich hier zum Beispiel. Ähm, dich, dich, dich und dich hier. Alle meine Nein. Ich glaube, ah, hier. Dich, 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 dich. Und dich hier. Ebenso meine Nein. Dann haben wir die nächsten Paar, die schon wissen, wo sie hin müssen. 100 Flieger hier, 100 Flieger dort. So schaut's aus. So, euch hier. Ihr dürft bitte die Skippy in Ruhe lassen. Das passt. Genauso wie das hier. Ihr müsst nur, na, wobei, das brauchen wir. Das brauchen wir, wenn irgendwas sein sollte. 52 Stück. Ja, ist ein bisschen viel, aber das kommt so weit rüber, dann habt ihr überall was dran stehen. Wunderbar. Ihr habt nichts zu tun. Das ist egal. Das ist mehr als egal. Sortele. 300 Stück. Ähm. Ihr dürft weiter hier kämpfen. Das ist in Ordnung. Sonst noch irgendwelche gerade. Ich meine, ihr könnt wieder nach da oben hinkommen und dann nach da unten noch ein bisschen bombardieren. Warum nicht? Richtet Schaden an. Wobei es hier sogar ein bisschen besser ist momentan. Ihr habt hier echt besser. 2000 habt ihr schon wieder in der Luft. Habt ihr denn die her? Zwei Flugzeuge, ein Flugzeug. 300 hier. 800 dort. Ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen aufräumen. 400 ist okay. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen arg viel. Aber noch schießen. Erst haben wir alte Flugzeuge. Wir haben definitiv alte Flugzeuge. Sonst würde es nämlich wesentlich schlimmer bei uns ausschauen. Ähm. Ich wollte gerade sagen, macht die mal kaputt. Geht mal hier bitte durch. Äh, darüber hin. Ihr habt da wahrscheinlich wieder Probleme weiterzukommen. Ihr Papster. Okay, hier. Baut mal einen Hafen hin. Passt schon. Die Angastrophe muss reparieren. Was muss die denn reparieren? Wer hat denn so viel Schaden genommen, dass er weg muss? Jetzt mal auf jeden Fall. Ähm. Dich nehmen wir noch mit. Irgendwo. Oh ja. Du hier. Du bist definitiv hinüber. Du ebenso. Du kommst noch mit. Wir brauchen keine halb zerstörten Sachen. Dich ebenso. Dich und dich hier. Wir nehmen es einiges hier raus, aber wir retten dadurch hoffentlich einige der Schiffe. Ebenso. Passt. Darüber neu. Und von den reparierten wieder in die Hauptflotte mit reinstellen. Japp. Zack. So wunderbar. Sitz, passt und hat Luft. Ihr seid beim nächsten Angriffskommando dabei? Jep. Seid so. Nächsten U-Boote? Ja, herrlich. Sie haben nicht mehr viel im Angebot. Sie haben echt nicht mehr viel. Amerika. Du bist gerade mein größtes Problem hier drüben. Wie viel hast du denn bitte noch anzubieten? Nur noch 31 U-Boote. Das ist in Ordnung. Das ist mehr als in Ordnung. Kreuze, Zerstörer und Co. Ihr habt noch die großen Sachen da. Aber auch nicht mehr so viele. Sördele. Wie schaut's hier unten aus? Relativ gut eigentlich. Haben wir eine Bombe hier unten drunter? Nein, haben wir nicht. Haben zu wenig eigentlich allgemein hier unten was auszurichten. Aber es wird schon. Es wird schon ein bisschen. Irgendwie kriegen wir es hin. Ich glaube daran. Als nächstes sind wir hier überall dicht. Alexandrian Co. Ja, jeder Port ist hier besiegelt. Handelsschiffe. Ich habe eine Idee. Gibt es eine Verbindung nach hier unten? Eigentlich ja, oder? Ja, hier gibt es eine Verbindung. Okay. Dann sagen wir, ich hätte doch mal gerne hier totale Blockaden. Ich möchte hier keine von meinen Schiffen hier sehen. Das Mittelmeer ist Sperrgebiet. Egal wie ihr es macht. Mit Zügen oder sonst irgendwas. Alles besser als hier irgendwas zu machen. So, dann fliehe ich nämlich auch keine mehr. Fortgeschrittene U-Boote. Die nehmen wir gerne entgegen. M-Turks machen wir einfach zu Gaudi noch. Äh, vollgeschrittene Torpedos, Entschuldigung. Gucken wir doch. Ah. Haha, wir sind fast durch, dass jedes U-Boot auch noch sein eigenes Kreuzchen hat. Finde ich super. So, Marinebomber. Bitte. Typ 3 Torpedos. Ah, wir können noch Aufklärung. Können wir auch noch machen. Das gehen wir doch noch mit dazu, das passt. Ein paar Aufklärungen sollten es niemals verkehrt. Dann schauen wir doch mal weg mit den ganzen hier. Die nächsten 18 Stück. Ho, 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 böse, böse. Okay. Ähm, wo haben wir denn euch hier dran? Zack, zweimal. Wir spielten euch auf und sagen dann, wir hätten gerne euch zwei da drüben. Wunderbar. Einer da und einer da drüben hin. Müsste funktionieren. Ja, sind wir. Passt. Egal, was wir finden. Hier drüben können wir auch noch ein bisschen was zerstören. Vier weite U-Boote. Noch mehr U-Boote. Ich glaube, es sieht gut aus. Vier Millionen noch übrig. Fünf Millionen zu 21 Millionen. Das passt ebenso. Welchentlich kommen wir gerade überall ins Plus. Heldenmut. Wollen wir gerade nicht machen. Wir können so ein bisschen was einsparen. Ansonsten, sie haben fast nichts mehr oben. Ja, weil sie es nicht schaffen können, mich aufzuhalten, wenn ich das richtig sehe. Überhaupt nicht sogar. Ne, ist vollkommen in Ordnung. Genauso wie hier. Hauptsache, wir vernichten noch einiges. So, nächster Schritt. Erstmal euch noch fertig machen lassen. Atomaktoren auch. Da bin ich bald so weit und sage einfach, so viel Atomaktoren brauchen wir gerade gar nicht mehr. Wir sind jetzt auch gerade nicht im Angriff. Komm schon, komm schon weg damit, weg damit. Schaut lieber mal, dass wir hier ein bisschen was im Hintergrund reparieren können. Das wäre nicht mal so schlechte. Sördle. 31 Stück in der Reparatur. Wobei wir wieder ein paar Stück freigeben können. Ist nicht viel, aber etwas. Passt. Ich finde, so haut es relativ gut hin. Das U-Boot, hier haben wir was. Seid ihr schon wieder am Angreifen irgendwo? Noch nicht? Ihr findet gerade noch nichts. Okay. Wir könnten auch sagen, geht doch bitte mal darüber hin. Das passt. Ja, es findet auch wieder was. Hallo, kleine Flotte. Du wirst gerade überrannt werden. Ja. Kaum da schon zerstört worden. Hörlich. Ja, die U-Boot ist noch ein bisschen problematisch. Ach, komm. Nichts, was wir nicht irgendwie hinbekommen könnten. Ich würde auch denen gerne abgült und sowas geben, aber ja. Probleme. Ich kriege so eine Stützung noch besser. Würde das Ganze auch funktionieren. So leider nicht. Okay, ihr seid noch nicht ganz fertig. Ich wollte sagen, warte doch mal kurz ab. Wir kommen am 8. November einen Hafen. Damit sollte eigentlich alles funktionieren wieder. Ich würde sagen, Versorgung ist gegeben, passt soweit. Ähm, nein. Ihr seid zwar gelandet, aber ihr könnt nichts ausrichten. Vergiss es. Königreich Libyen. Bleibt bitte neutral. Das wäre schön. Das wäre wunderbar an der Stelle. Ihr habt noch ein bisschen was abgeschossen. Haja. Haben wir da noch viele übrig gerade? Nicht wirklich. Aber wir können nochmal sagen, dich halbieren. Und den halbierten setzen wir jetzt mal da und da noch hin. Passt. Wir greifen an und wir vermieden. Je nachdem, was gerade fall ist. So, wie schaut es denn hier unten aus? Ähm, bitte vorhin es vernichten. Das wäre gar wunderprächtige Natur. Ja, das haut hin. Das sind Unmengen und Divisionen, die gerade drauf gehen. Hei, der Witzka. 16 Reservisten noch. Mhm. Komm, Panzer, mach mit. Mach du doch auch mal mit. Und ihr habt gerade nichts mehr zu tun. Da wäre es interessant, Inselhopping zu betreiben. Ganz ehrlich, das wäre echt nicht schlecht. Ähm, stellt euch mal bitte da drüben auf. Ich habe da so eine kleine Idee. Weg mit euch da rein. Panzerkommandanten brauchen wir eigentlich nicht, nein. Wir könnten die hier nutzen, aber die Panzer, weil wir gerade eh keine Offensive machen, um quasi die Ports hier zu sichern. Das wäre eine gute Sache. Ja, damit kann ich leben. Zack, zack, zack. Zack und zack. Zehn Ports. Mhm. Ihr habt eine Aufgabe. Go, go, go. Ich würde sagen, die Panzer kommen hier gleich noch und machen mit. Na ja. Zehn Reserve, 13 Reserve. Dauert also ein bisschen, aber ihr schafft es schon. Ich glaube ja an euch. Oh, herrlich. Wir werden wieder angegriffen. Warum werden wir jetzt angegriffen? Oh, ich sehe bereits, was hier das Problem liegt. Ähm, einen Augenblick, einen Augenblick. Ähm, die sind jetzt so mächtig geworden, so wie es ausschaut. Ich hätte gerne, obwohl wir eigentlich so im Angriff sind, ja. Obwohl wir so radikal angreifen hier. Ähm, 800 hier, 800 da. Ich hätte gerne ein paar von euch hier. die Hälfte nach da drüben wieder. Und dann sagen wir, lass mich ran, wir haben noch nicht die Hoheit. Ne, haben wir nicht, okay. Schade. Sehr, sehr schade. So kann man nämlich auch nach und nach was verlieren. Ach, unschön. Okay, müssen wir es noch sein, weil also, um das hier vielleicht ein bisschen enger zu machen. Aber wie beim nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüssi. Das was das ist, das ist hier. Tschüssi. Bye. Tschüssi. HP' IT'